Kuckucku und Weimar, ein malinesisches Märchen Es war einmal eine Ameise namens Weimar, die lebte mit einem Vogel zusammen, der Kuckucku hieß. Die beiden waren eng miteinander befreundet. Eines Tages machten sie sich ein großes Schweinenetz und Kuckucku sagte, wir wollen gehen und einmal unser Netz ausprobieren. Sie gingen los und gelangten bald in das Grasgelände, wo sich ihre Jagdgründe befanden. Sie verabredeten, dass die Ameise beim Netz aufpassen und der Vogel auf Schweine pürschen sollte. Nach einer Weile hatte Kuckuckucku ein großes Schwein entdeckt und jagte es nun nach dem Netze hin. Dabei rief er, Weimar, wo bist du? Pass gut auf, gleich kommt das Schwein vorbei. Die Ameise stand auf und als das Schwein sich in dem Netz verfangen hatte, stach sie ihm in die Augen und als es nichts mehr sehen konnte, sperrte und versteckte sie es im Grase. Der Kuckuckucku kam herbei und sagte, nun, was ist denn mit dem Schwein los? Zuerst log ihm die Ameise etwas vor und sagte, ich weiß von nichts. Dann setzte sie sich nach einer Weile hinzu. Geh und schlag einem jungen Baum ab und hole etliche Meter Schlingpflanzen herbei. Und als der Vogel damit herbeikam, zeigte Weimar ihm das Schwein und sagte, nimm nun die Sperre und das Netz mit, ich will das Schwein tragen. Zu Hause säuberten und schlachteten sie das Schwein, darauf besprachen sie, wer die Eingeweide zum Seestrande hinabtragen und dort waschen sollte. Schließlich sagte Kuckuckucku, Bruder, ich will sie hinabtragen und waschen und du kannst inzwischen das Schwein braten. Als er an den Strand kam, stieß ein Fischadler herunter, schnappte ihm die Eingeweide weg und flog damit fort. Er kam mit leeren Händen nach Hause. Wo sind denn die Eingeweide? fragte Weimar den Kuckuckucku bei seiner Rückkehr. Oh, der Fischadler hat an ihnen Gefallen gefunden, antwortete Kuckuckucku. So hatten sie nur das Schwein zu essen, dann legten sie sich nieder und schliefen. Am anderen Tag gingen sie wieder auf die Jagd. Diesmal wurde ausgemacht, dass Kuckuckucku auf das Netz Obacht geben und Weimar auf Schweine pirschen sollte. Nach einer Weile jagte die Ameise ein fettes Schwein auf seinem Schlupfwinkel und rief, »Kuckuckucku, Kuckuckucku, da kommt dir ein dickes Schwein entgegengelaufen.« Als Kuckuckucku das hörte, bekam er es mit der Angst und versteckte sich im Gebüsch, bis das Schwein vorbei war. Dann nahm er den Speer und stieß ihn in den Gaguma-Baum, sodass der rote Saft über die Schneide ran. Als Weimar keine Schweine mehr finden konnte, kam er wieder herbei und sagte, »Wo ist unser Schwein?« Kuckuckucku wies auf den Speer und sagte, »Ich habe es gesperrt, aber es war zu dick. Es ist durch das Netz gebrochen, hat den Speer abgeschüttelt und ist entkommen.« Und die Ameise fragte, »Wohin ist es denn gelaufen?« »Das weiß ich nicht,« antwortete Kuckuckucku. »Ich habe es gesperrt, aber es ist entkommen.« An diesem Abend hatten sie nichts zu essen. Am nächsten Tag musste die Ameise wieder aufs Netz passen. Sie tötete ein fettes Schwein, säuberte es wie das Erste. Als der Kuckuckucku jedoch wieder die Eingeweide waschen wollte, da nahm ein Falki ihn wieder weg. Allmählich kam die Ameise dahinter, dass der Kuckuckucku, wenn er Eingeweide reinigen sollte, jedes Mal bange wurde und sie fallen ließ, wenn sich andere Vögel näherten. Als sie nun wieder einmal ein Schwein getötet hatten, sagte er, »Ich habe keine Lust, stets um das Kleinfleisch zu kommen. Diesmal will ich die Eingeweide säubern. Du kannst Holz holen, Feuer machen und das Schwein braten.« Als Weimar an den Strand kam, flog ein Nashornvogel vorbei und wollte ihm die Eingeweide wegnehmen. Doch Weimar sperrte ihn in die Augen, tötete ihn und als er die Eingeweide gewaschen hatte, nahm er ihn mit nach Hause. Als Kuckuckucku den toten Nashornvogel erblickte, erschrak er, »Bruder, was hast du getan? Nun werden sich alle Vögel rächen wollen und uns bekriegen, weil wir den Herrn getötet haben.« »Ach, weh! Falls sie das tun,« sagte Weimar, »werde ich mich in einen Tutuanerbaum verstecken.« »Aber wo soll ich mich verbergen?« sprach Kuckucku. »Wohin gehe ich? Können mir auch die Vögel folgen?« Weimar ging fort und versteckte sich im Tutuanerbaum. Kuckuckucku blieb allein zurück. Er musste an die vielen Vögel denken, die nun bald den Nashornvogel vermissen, ihn suchen und ihn rächen würden. Als die Vögel kamen, hatten sie bald den Kuckuckucku gefunden. Sie jagten ihn ins hohe Gras. Nach Weimar schauen sie sich vergeblich um, denn die Ameise war zu ihren Verwandten geflohen und baute mit ihren dicht belaubten Tutuanerbaum Häuser. Als sie viele Häuser fertig hatten, wurden sie von den Vögeln bemerkt, die sich zusammentaten und beratschlagten, was sie nun tun sollten. Ein Vogel sprach, »Ich will einen Versuch machen und in ihre Häuser einbrechen.« Als er es jedoch versuchte, da stachen die Ameisen ihm in die Augen und er fiel tot hin. Andere Vögel versuchten es mit demselben Erfolg und so lagen sie schließlich beinahe alle tot unter den Tutuanerbaum. Die Krähe hatte jedoch von einem Baum aus zugesehen und sagte zu den wenigen noch übrig gebliebenen Vögel, »Lasst's mich mal versuchen!« Damit fing sie an, die Blätter von den Häusern der Ameisen herunterzureißen. Sie konnte der Krähe nicht in die Augen stechen, denn sie hatte sie geschlossen und so machten sie alle Blätterhäuser bis in den Wüpfel hinauf in zwei. Fast alle Ameisen gingen zugrunde und nur wenige, die sich unter der Rinde verbergen konnten, blieben am Leben. Die Krähe flog aber auf den Erdboden hinunter und aß sich an den toten Ameisen gehörig satt. Darum mögen die Vögel sich nicht in den Tutuanerbäumen aufhalten, weil die Ameisen ihre Häuser darin bauen und der Kuckucku-Vogel wagt nicht, sich wieder auf einem Baum niederzulassen, sondern wohnt bis zum heutigen Tage im hohen Gras. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.